Und da sind wir diesmal auf der Suche nach einem kleinen Weihnachtswunder. Ich darf Ihnen die Smoky vorstellen. Smoky wohnt im Katzenhaus Luga, ist ca. ein Jahr alt. Oh, und Smoky erzählt so viel. Wurde gefunden, hierher gebracht, hatte eine ganz schlimme Bissverletzung, ist aber alles wieder verheilt. Und guck mal, die Smoky ist wirklich eine ganz verschmuste, eine ganz nette und möchte Weihnachten gerne bei ihrer eigenen Familie verbringen. Also, wenn Sie schon immer mal eine Katze haben wollten, schauen Sie mal hier im Katzenhaus Luga vorbei. Smoky ist wirklich eine nette.